hallöchen und wieder ein herzliches willkommen hier zurück zu divinity original sin mit mr samsangle hallo und ja dieser wir haben den hasen gerade mal angesprochen der dem wurde anscheinend die zunge geklaut von irgendeiner katze und wir gucken ob er die katze wieder finden beziehungsweise die zunge was dem hasen wahrscheinlich nicht zählen wird aber ist ja egal und er geht jetzt endlich in die neue gegend ich bin gespannt schließlich müssen wir noch 10 geschaffen theoretisch hätten wir sogar 13 schaffen wenn wir alle töten ja okay sobald wir hoch genug im level sind können an diesen aro endlich töten wo der kommt schon angeratschen ja ja stimmt okay quälen magie enthaben nicht wahr so so it's plainer day to the east all about ikara's cabin immaculates besettet no doubt under leandra's orders if she has ordered such thorough defenses of her sister's cabin we may be certain that whatever lies within will be a prize more precious than butter baked place that means ikara herself must be their hunter and it is essential that you find her only she can shed light on the details of the andrews plans okay ich danke euch für euren rat höchste zeit weiter zu gehen zik zaks would see you dash rather than mosey okay dass wir lehzen von uns leandra and her cronies maybe lunatics all but they're far from brain so beware hunter and be safe okay hier statt dass er sich nicht wie eine katze verwandelt und abgehauen ist okay wir haben jetzt tatsächlich wir haben jetzt zwei markierungen auf der karte silbertal und die hexenhütte ich würde eher silbertal würde ich sagen ich würde auch erstmal nach silbertal vielleicht gibt es eine art stadt und wir können vielleicht ist das cool dann komplett neue karte ja und die kriegen wir neue zauber die wir noch kaufen können oder sowas keine ahnung ja ich habe mein ganzes geld ich noch zu ihm also diesen bienen komm ich daran okay ist es gleich von euch dran okay was sagen wir ein wanderer oder ein quälenjäger was ist wo die sind gegner erst mal ich bin gerade im dialog na ja ja das schaffst du schon wildes erdelemental laufen rum okay und übel riechende blumen level 9 die segnen sie jetzt mal alles am kost nicht schlecht erst mal untersuchen luftschaden und schnittschaden aber hier sicht angriffstellung so kennst du jetzt schon gerade ja weil ich war unten angegangen du warst da oben angegangen ja weil da die stadt ist ich weiß ich habe recht dass du mit irgendjemand geredet naja der spricht sich automatisch an ja hättest du gesagt nicht automatisch ansprechen ich will nicht mit euch schritten genau ich war ja ganz gut zu leben die fücher nach quatsch ist jetzt meine mutmaßung was ist das für ein viel zeug das waren pflanzen und die haben gar nichts gemacht das sind auch nur pflanzen was sollen die machen die machen wahrscheinlich was wenn du rankommst die sind erdelemental nach pokémon logik wasser einsetzen du kannst luft einsetzen und du kannst schnittschaden einsetzen und feuer in einem gewissen maß auch sie hat ja luft eingesetzt erde gegen erde wie feuer gegen feuer gesetzt geheilt es hat dann für mehr als ein viertel dazu gewonnen wieder 150 runter ich hab mich verpflegt das war die eisrand nice von diesen erdelemental für exodina war ein gift ja interessant ist klar macht voll sinn also keine erde angriffe auf erdelementare zu wissen haben wir das schon mal geklärt ja verteidiger der rachen oh ein feuer du setzt seinen elementar gegen das elementar sehr interessant erst mal geheilt zwischen ich sage erstmal dafür dass er sich nicht heilen kann jetzt hat sogar funktioniert wundervoll oh neun 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 20 ja mein gut bringt alles nichts fast so ein kleines kritzer schön hätte noch jedoch klappen können sehr gut ich wusste dass das passiert oh kudankow naja da hat sich gelohnt das ist eine riesige giftfolge was macht der denn da gift schießen alter nicht schlecht respekt an der stelle der hat gesessen ach man kann nur einen von diesen begleitern gleichzeitig immer haben okay aber du hast den anderen begleiter getötet das war mir jetzt auch nicht unbedingt bewusst dass dann der andere automatisch stirbt ich dachte ich kann so eine schöne armee an kreaturen beschwören das ist jetzt ein bisschen traurig diese art von einschränkung hatte ich jetzt nicht erwartet das ist jetzt ein bisschen ein bisschen heil und auch genau jetzt kannst du laufen kommen komme ich bis hier und kann angreifen oh ja es ist vergiftet das kann sich die pflanzen selbst gegenseit vergiften und das geld bringt sie hier schießen auch nicht passiert ein leerer bin ich bin erstaunt dass über diese folge alles darunter brennt also darunter die folge kommt das könnte hier diese diese eier sein aus alien und diese herauskommt aufpassen ich also angesprochen wird und dann bist du sie bricht an einen alien bei dem ist feuer effektiv und wasser und erde hat eine gewisse residenz und gibt das solltest du gar nicht einsetzen ja gut das heizt wahrscheinlich dann ja ich habe keinen schaden sie sehen dass ich verstärkt wenn ich dass ich andere kreaturen als freunde verstärken und deine beider so eine kreatur für dich ja du bist ja nicht gerade nett als sklaventreiber ja sollte sein dieses stück fleisch das nur zum arbeiten da ist sie ist eine wilde immerhin bald sind wir level 10 yeah ist ja gut machen wir jetzt das sicherheit nach oben das stimmt das stimmt ich glaube die lebenswunde anhand hat denn so eine pflanze wo die hat 238 im maximum nicht schlecht da kommt jetzt macht der skelett ist viel dritte nach hat sich die jeps schnittschaden schnitt schnitt macht der schnittschaden das ist ja auch anfällig gewesen also umso besser unvergeblicher angriff ich glaube die pflanzen sind haben nur die intelligenz den nächstgelegenen anzugreifen jetzt ist dein skelett tot das ist nicht total ne es lebt sogar noch aber wie er gelebt ey respekt enderstatter jetzt hätte man gar nichts gemacht nice was niemals leerer bärkug jetzt ist dein skelett gestorben ohja kommt vor oh da ist ein fliegenpilz naja kurz mal so also wo ist hin du hast ja schon mit leuten geredet naja zum eingang zum stadteingang ah ok ich kann mir ja noch ein paar zauber auftreiben ja guck mal guck mal ah je mehr desto besser ok komm wieder nach hier ist ne Tyra einfach mal ich geh ist das Aru schon wieder? ne das ist ne andere Katze hier das ist eine andere Katze das ist wirklich Aru oh Gott alter dieser Typ wenn ich Level 20 bin ist das erste was wir machen Aru töten ha 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 du hast es in das Hamlet von Silver Glen die Frage ist wo kann man jetzt kann man auch was kaufen in dieser Stadt ja das stimmt hm hm was haltet ihr vor diesen makellosen hmm sie sind sie sind sie sind unnatürlich mit dem goch ich habe nicht auch hier sie haben aber sie müssten schon mehrere zeichnen Welche uralten Lehre meint ihr? Wie könnte es eine fantastische Sache sein, einen sterben Menschen zurückzuholen, wenn es alles braucht, um einen Toad zu verabschieden. Aber ich spiele den Blutlust in diesen Menschen. Sie agieren alle, wie sie eine benignende Gäste folgen, die sie ins Paradies bringen. Aber ich werde eine dapelte Dalmatin sein, ob sowas ist wahr. Ich habe den lokalen Priester schattet. Ein Mann, der der Leuk. Ich habe aber nicht gesehen, dass es mehr als die meisten in der Leuk. Ich habe ihn in der Nacht folgert, als er mit kloppte Strangern und sogar Goblins. Mann-Goth, Heiberheim, von strangen Dingen habe ich ihn gesprungen. Ja, dieser Priester hat schade Gehäste geschrieben, all über diesen Schmugg. Aber wir müssen mit Beginn beginnen, Sorshunter. Die weiße Witte ist noch großartig. Wenn wir in das echte Herz der Leandras Gehäste kommen wollen, müssen wir mit ihrer Freundin beginnen. Und sie ist viel vermutlicher, in ihrer Katzenstattung zu sein. Die Vorteil von einem Puss, mein Freund, ist, dass man einen Puss-Foot kann. Ein schwarzer Gehäste erinnert. Aber ein Katt kann über unnötig und... Oh Gott, dieser Typ, ey. Nicht, dass ich nicht extra wehren von diesen Blödsackern bin. Es ist eine konspicuöse Absintheit in dieser eerie kleinen Stadt. Oh Gott. Die Immaculatete Presence hier ist höchstens ungewöhnlich. Aber wir müssen nicht den Sinn von unserer Mission verlieren, Sorshunter. Die weiße Witte besitzt irgendwo in den Wilden der gesamten Flügel. Und wir müssen sie finden. Und wir müssen sie kämpfen. Kämpfen? Naja, auf dem Weg zur Hütte bestimmt. Wo ist denn die Hütte überhaupt? Aber guck mal, hier ist ein gelbes Weinchen. Oh, hier ist der Leuch. Naja, der ist hier dran direkt, ja. Sieht aber cool aus. Schöne Kleidung. Erinnert mich an Team Magma aus Pokémon, Rubin und Saphir. Wir könnt hier halt auch kurz mit Leuch erstmal karseln. Wenn wir eh schon hier sind. Wir machen es einfach so, wir benden jetzt die Folge. Gehen einmal durchs Dorf, gucken was es so gibt. So handeln und so weiter. Genau. Danach in der nächsten Folge reden wir vielleicht mit Leuch. Mal gucken. Hier liegt ein Stück Gold im Teller. Oh, wie das? So eine Spende. Na gut, ich hoffe euch hat diese Folge gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich mit Leuch reden. Mal gucken. Und mal sehen was hier sonst passiert. Genau. So, bis dann. Cheerio. Cheerio.